Was heißt Abtreibung auf Spanisch? Eddie aus Embryos. Was steht auf dem Grabstein einer Putzfrau? Sie kehrt nie wieder. Was sagt der Barkeeper, wenn ein Elefant durchs Fenster in eine Bar kommt? Aufwischen. Toy Tank. Ein Film, der im Gegensatz zum Schiff sehr gut in Amerika ankam. Was macht ein Taliban auf der Schaukel? Den Scharfschützen ärgern. Ich kann viele schlechte Dinge über Pädophile sagen, aber wenigstens fahren sie langsam an der Schule vorbei. Warum kann Miss Piggy nicht bis 70 zählen? Weil sie bei 69 einen Frosch im Hals hat. Wonach riecht es in der Villa Kunterbunt? Nach Pippi. Warum waren Türken noch nie im Weltteil? Weil BMW keine Raketen baut. Woran erkennt man, dass die Polen schon im Weltteil waren? Am großen Wagen fehlen die Räder. Was bekommt ein obdachloses Kind zu Weihnachten? Natürlich Hunger. Was hat mehr Löcher, wie ein Schweizer Käse? Ein Asiate mit eigener Meinung. Was sagst du zu deiner Frau, wenn sie zwei blaue Augen hat? Nichts mehr? Du hast es ihr schon zweimal gesagt.